Auf meiner Visitenkarte steht Katharina Dovesch, Dr. Technik, Material Engineering and Technology, Production, Ruach Space GmbH. Das ist ein sehr umfangreiches Themengebiet und daher ein bisschen schwierig zu beschreiben. Aber man muss sich vorstellen, im Gegensatz zur Consumer Electronics, also einem Handy zum Beispiel, dass man sehr schnell wieder austauschen kann, wenn es nicht mehr funktioniert oder nicht mehr so funktioniert, muss so ein Satellit extreme Lebensdauern und extreme Bedingungen überstehen. Wenn man sich zum Beispiel die Rosetta-Mission vor Augen führt, von der man in den letzten zwei Jahren immer wieder gehört hat, diese Sonde war mehr als zehn Jahre im Weltall unterwegs. Wir haben, oder die Ruach hat zu dieser Sonde damals eine Elektronik beigesteuert, unter anderem zum Beispiel, zur Auswertung und Steuerung von einem Rasterkraftmikroskop. Und obwohl diese Elektronik zehn Jahre durchs Weltall geflogen ist, musste sie dann noch immer einwandfrei funktionieren. Und das sind schon sehr hohe Anforderungen an die Zuverlässigkeit und die Qualität unserer Produkte im Großen und Ganzen. Und ich bin beschäftigt damit, dafür zu sorgen, dass die Materialien und Materialkombinationen, die wir verwenden, in die Prozesse, die wir in der Fertigung anwenden, dass sie auch ganz zuverlässig all diesen Anforderungen gerecht werden. Zum Beispiel, wenn man sich so eine Elektronikbox hernimmt, die ist außen lackiert sehr oft, dass der Lack zum Beispiel die optischen Eigenschaften hat, die er hat, auch noch nach zehn Jahren, dass er hält, dass er nicht runterfällt. Dass die Leiterplatte, auf der die Elektronik ist, so designed ist, dass sie zuverlässig, trotz der hohen Temperaturanforderungen und des Raketenstarts noch immer funktioniert. Das geht hinunter bis zur kleinsten Lötstelle eines jeden einzelnen elektronischen Bauteils, die diesen extremen Anforderungen gerecht werden muss, ohne die Zuverlässigkeit einzubüßen. Und da bin ich in der Entwicklung und Optimierung von Prozessen und Materialien zuständig und teste auch ganz viel. Ich bin an sehr, sehr vielen verschiedenen Projekten beteiligt, aber um eines auszugreifen. Wir bauen zum Beispiel für den ExoMars Rover der ESA, der 2020 zum Mars starten soll, einen ausklappbaren Mast, auf dem eine Kamera montiert sein wird, und auch einen Teil des zentralen Steuerungskomputers dieses Rovers. Und der ExoMars Rover soll auf dem Mars nach Spuren von Leben suchen. Und wir sind darüber hinaus auch vertraglich verpflichtet, den Mars oder auch jeden anderen Himmelskörper nicht zu verunreinigen mit Spuren von Leben und seien es nur kleinste Moleküle, die von der Erde kommen. Außerdem wäre das auch hinderlich, um dann Leben dort nachzuweisen, wenn wir schon selbst Verunreinigungen mitbringen. Und da waren wir oder sind wir vor die Aufgabe gestellt, wie man zum Beispiel verhindert, dass man beim Zusammenbau der Hardware Spuren auf der Hardware hinterlässt. Oder wenn man welche hinterließe, wie man die dann wieder wegbekommt. Also die Hardware eventuell sterilisieren müsste und trotzdem sicherstellt, dass dadurch nicht die Funktionalität beeinträchtigt wird. Also manchmal ganz kuriose Herausforderungen. In unserem ganzen Unternehmen in Österreich haben wir 40 Frauen. Davon haben in etwa 15 einen technischen Hintergrund. Wir würden uns freuen, wenn es mehr wären. Aber es ist manchmal schwierig, Technikerinnen zu finden für die offenen Stellen, weil sich recht wenige bewerben. Das ist mir ein bisschen in die Wiege gelegt, könnte man sagen. Mein Vater ist Physiker und hat mich schon vom Kind auf ein bisschen für diese Denkweisen der Physik begeistert und auch die Neugierde mir mitgegeben, Dinge zu hinterfragen und verstehen zu wollen. Und der eigentliche Anstoß kam dann, als ich die Möglichkeit hatte als Jugendliche, ein Forschungslabor in London zu besuchen und auf eine Forscherin getroffen bin, die uns gezeigt hat, was sie dort tut. Und einfach so begeistert war von dem, was sie tut, dass sie mich damit angesteckt hat. Und dann habe ich mir gedacht, okay, das könnte ich mir auch vorstellen, das probiere ich aus. Ich studiere mal technische Physik. Und dann war es wirklich sehr spannend und ja, dort bin ich dann geblieben. Nach meinem Studium war ich prinzipiell eigentlich auf der Suche nach einem spannenden, herausfordernden, abwechslungsreichen Job, technische Probleme zu lösen oder meinen Beitrag dazu zu leisten. Das ist dann das Thema Raumfahrt geworden. Es ist eigentlich ein Zufall und ein Riesenglück gewesen. Und dass es so hohe Herausforderungen sind, denen ich jetzt quasi gegenüberstehe, ist auch ein Riesenglück gewesen. Das heißt, ja, es war einfach ein bisschen Zufall. Als Physikerin bin ich fasziniert vom Weltall und auch von den Fragestellungen, die wir zu beantworten versuchen, wenn wir Sonden oder Satelliten ins Weltall schießen. Also einfach von der Neugierde über unseren Horizont hinaus zu schauen, zu verstehen, was da draußen ist, ganz grundlegende Fragen auch zu beantworten, wie, woraus besteht die Materie, gibt es da draußen ein anderes Leben außer uns, wie ist das Weltall entstanden, solche Dinge. Aber auch natürlich die technische Herausforderung, einen Satelliten ins Weltall zu bringen mit all seiner Funktionalität. Das ist ein bisschen schwierig für mich persönlich zu beantworten, weil ich mich nie in meiner Entwicklung gehemmt gefühlt habe eigentlich und schon gar nicht hier bei Ruhr. Aber ich glaube, das findet ganz viel in den Köpfen der Menschen statt. So kleine Mädchen und kleine Buben wachsen auf mit ganz, mit eigentlich wahrscheinlich doch recht konkreten Vorstellungen davon, was sie können und was sie nicht können und wo sie gut sind und wo sie nicht so gut sind. Also Mädchen bringen irgendwie vielleicht ein bisschen mit, sie sind gut in sozialen Dingen, um andere zu kümmern in Sprachen, Kunst, solche Dinge. Und Buben bekommen vielleicht eher mit, sie sind gut in Naturwissenschaften, in logischem Denken, solche Dinge. Und ich glaube, da muss man ein bisschen die Barrieren in den Köpfen der Menschen vielleicht durchbrechen und Kindern mitgeben, du kannst alles machen, was dir Spaß macht. Du hast keine Grenzen gesetzt eigentlich. Und dann aus meiner eigenen Erfahrung denke ich auch, dass Rollenbilder durchaus einen Beitrag leisten. Sprich, dass auch ein Mädchen zum Beispiel ein Rollenbild, ein weibliches Rollenbild hat, eine Frau hat, wo sie sich denken kann, hm, die hat das gemacht, die ist so weit gekommen, das kann ich auch, so kann ich mir das vorstellen. Und vielleicht wird es dann sehr bald mal mehr männliche Kindergärtner und mehr weibliche Astronauten geben. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.